Das Halloween Event Festival der Verlorenen steht im Destiny 2 Universum an und wartet schon mit Süßigkeiten, Masken und Prämien, welche wir uns in einer altbekannten Aktivität erspielen können. Doch dieses Jahr mischt der gute Spider bei diesem Event auch ein wenig mit. Inwiefern Spiders Anwesenheit das Event beeinflusst und welche Prämien auf uns warten, darauf gehe ich mit euch zusammen in diesem Video ein. Da bist du wieder. Viel passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Aber nutze die Zeit gut. Solange sie noch andauern. Die Zeit gut. 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 Und wie jedes Jahr gilt es als erstes eine der drei Maskenballmasken abzuholen, anzulegen und Süßigkeiten sowie seltsame Schokomünzen zu sammeln, um diese gegen Prämien bei Oma Levante einzulösen. Wem der Kryptarch als Maske nicht so gefallen sollte, kann sich bei Oma Levante auch einen dieser sechs Maskenornamente für 100 Klima kaufen und entsprechend verwenden. Da hätten wir der zerbrochene Reisende Maske, eine Variks Maske, die der fremden Exo, eine einer Prey Maske, umhüllte Reisende Maske, sowie die blubbernde Maske. Im Everversum werden auch ein paar Masken zur Verfügung stehen. Allerdings sind diese in keinster Weise von Nöten, um Triumphe oder ähnliches abzuschließen. Reine Deko eben. Wie auch im letzten Jahr werden wir den Masken eine von drei eventspezifischen Mods einbauen können, welche auch nur im Spukforst während des Events aktiv sein werden. Also alles Standard bisher. Kommen wir mal zu den netteren Teil, also zu den Prämien wie drei Exotics, die man sich während des Events erspielen kann. Wie hier die rastlose Geisthülle, den Sparrow Tomb Raser, sehr einfallsreich, ne? Sowie das Schiff konserviertes Tempo. Alles schön im Mumienstil. Wenn ihr laut Bungie den Triumph eingewickelt und bereit für die rastlose Geisthülle abschließt, schaltet ihr auch in Bungie Prämien die Möglichkeit frei, selbigen Geist als Pin käuflich zu erwerben. Nebenbei sei noch erwähnt, dass mit einem weiteren Triumph dieses kostenlose Abzeichen freischaltbar sein wird, welche ihr dann auch bei Bungie.net, also bei dem Bungie Prämien auf Bungie.net einlösen könnt. Dann findet ihr das dann in-game bei den Emblemen. Irgendwo. Wer das Event aber so richtig fühlen will, kann sich im Erversum mit event-spezifischen Wüstungsornamenten eindecken. Hier schön zu sehen haben wir den Jäger als Werwolf, den Titan als Frankensteins Monster und den Warlock als Vampir. So, kommen wir aber nun mal zu den kleinen Änderungen am Spukforst. An der Aktivität selber hat sich nichts verändert, reinige Gegner klatschen, looten. Das Prinzip kennen wir ja, da ist alles ganz normal. Aber wie am Anfang vom Video erwähnt, mischt sich dieses Jahr Spider ein wenig mit ein. Kurzum hat Spider dieses Jahr ein wenig Bock an sich so in dem Event mitzumischen. So wird es im Spukforst also der Fall sein, nach dem Öffnen der Abschlusskiste fünf weitere Kisten zu öffnen, also fünf mal extra Loot. Diese zu öffnen erfordert allerdings Chiffrendecoder, heute habe ich es nochmal, Chiffrendecodern, die wir in quasi allen Aktivitäten erhalten können, außer eben im Spukforst selber. Da kriegen wir sie nicht, da verballern wir sie nur. Maximal werden wir 25 der Chiffrendecodern tragen, bei der jede Kiste, die zusätzliche Spukforst geöffnet wird, einen Decoder verbrauchen wird. Meine Güte, heute habe ich es aber. Als Prämie gibt es aus der Kiste die beiden Automatikgewehre, Breitech, Werewolf und Gruselgeschichte. Random Roll versteht sich und eventuell noch so die eine oder andere Sache. Ansonsten ist eigentlich alles noch beim Alten. Ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich euch zu dem Halloween Event Festival der Verlorenen mitteilen wollte. Jetzt geht es bei euch weiter mit der Frage und Antwortrunde. Was haltet ihr so von den kleinen, dezenten Änderungen an dem Festival der Verlorenen Event und den Prämien und so weiter? Verständlich, dass viele von uns das Event schon kennen und eher semi begeistert sind. Man kennt das Ganze ja schon. Da ist halt eben der Hype nicht mehr so wie beim allerersten Mal. Logisch. Für die Neulinge wird es allerdings bestimmt die Wucht werden. Da gibt es auch ein paar. Aber egal ob Veteran oder Neuling, das ist Wumpes. Die Meinung eines jeden zählt und diese könnt ihr gerne in den Kommentaren kundtun. Während ihr das macht, vergisst nicht das Video zu bewerten. Und wer noch nicht abonniert haben sollte, kann das natürlich auch noch machen. Da ist so unten ein roter, echt rechteckiger Balken. Da einmal draufklicken. Tut nicht weh. Hab's ausprobiert. Ich lebe noch. So. Ich klinge mich nun aus und wünsche allen Hüterinnen und Hüter da draußen weiterhin frohes Farben sowie guten Loot. Und natürlich auch ein frohes Festival der Verlorenen. Bis in Bälle. Euer Anima. Bis zum nächsten Mal. Bye. Buenosilan- gather. Euer Anima. 1 Hauta. Gotta. 一 Gotta. Gotta.